Leute, ich habe richtig interessante Leaks zu Season 21. Sollten die stimmen, dann steht Season 21 unter einem extrem guten Stern. Natürlich lassen wir wieder mal außen vor, dass es vielleicht wieder irgendein Chaos mit den Servern gibt und und und. Gehen wir einfach mal davon aus, dass alles perfekt läuft, dann wird Season 21 womöglich einer der geilsten Seasons, wenn die Leaks stimmen. Und ich erinnere an einen Dataminer, der damals behauptete, die Wingmen wird eine Sniperwaffe. Weltweit wurde er in den Communities belächelt und abgeschoben, klingt jetzt irgendwie falsch, aber keiner hat ihm Glauben geschenkt. Und pam, dann kam die Season und er hatte Recht mit allen Leaks, er hat alles vorausgesagt. Und die Änderungen waren ja teilweise inhaltlich so krass, ich weiß jetzt nicht, welche Season es war, dass keiner ihm Glauben geschenkt hatte. Und dann kam alles so, wie er gesagt hatte und derselbe hat sich jetzt wieder mal zu Wort gemeldet. Das ist einer der gefragtesten Dataminer, Oswald Dator heißt der gute und der hat sich vor wenigen Tagen zu Wort gemeldet. Mit der Information Nummer 1, Akimbo-Waffen und Solo-Modus, Quad-Modus und so weiter und so fort. Ich möchte das jetzt einzig mal aufdröseln. Wie gesagt, er hat mit den kuriosesten Sachen immer Recht behalten. Es kamen auch mal Sachen von ihm auf X, die er gepostet hat, die so nicht kamen, aber in den Quellcodes gefunden wurden. Deswegen dennoch mit Vorsicht genießen. Sollte es aber so kommen, dann könnte Season 21 echt ein absolutes Brett werden. Ob jede Änderung, die er jetzt so voraussagt, so geil wird, das muss man absehen. Wie zum Beispiel diese Änderung. Ich halte jetzt nicht unbedingt was von Akimbo-Waffen in Apex Legends. Es wäre eine Neuerung, die es interessant macht. Logischerweise nicht für jede Waffe. Wer heute noch nicht weiß, was eine Akimbo-Waffe ist, jeder Call-of-Duty-Spieler wird es wissen. Du hast eine Handfeuerwaffe wie die P2020 oder die Mosambik und kannst sie in beiden Händen halten. Also zwei Waffen gleichzeitig soll laut Ausfalldator einen Slot verbrauchen, sodass du trotzdem noch eine Zweitwaffe, eine Flatline, eine G7 oder sonst was tragen kannst. Ist klar. Ob man dann, wenn das wirklich so kommt, die nur im Doppelpack findet oder ob man sagen kann, pass auf, ich habe keinen Bock auf beide Waffen, ich stecke eine weg. Oder jetzt könnte ich die zweite wieder gebrauchen und ich hole sie wieder raus. Müssen wir mal abwarten. Oder ob man sie auch nur einzeln finden kann. Oder, oder, oder ob du die P20 einmal findest und dann findest du die nochmal und dann erst als Akimbo. Keine Ahnung. Müssen wir mal abwarten, ob das wirklich so kommt. Ich könnte mir das vorstellen, dass das so kommt, weil das vor Monaten, ach vor über einem Jahr war es schon mal der Fall, wurde das schon mal geleakt und es gibt auch einen Loading Screen. Ein offiziellen Loading Screen, der ist schon seit Jahren im Spiel von, äh, von Mirage. Da gibt es einen Pokal von irgendeinem Turnier und da siehst du den Pokal, das sind zwei RE45, so voneinander abgewandt zu sehen. Und da könnte man schon, äh, denken, okay, Akimbo-Waffen gibt es vielleicht irgendwann mal. Also das kann durchaus sein, dass das wirklich so kommt. Interessanter für die meisten von euch wird aber tatsächlich dieser Post sein. Und ich weiß, es gibt viele Kritiker, die sagen, Mensch, ein Solo-Modus gehört in Apex Legends nicht rein. Jeder, der das sagt, dem sage ich, Mensch, dann spielt es nicht, wenn es dir nicht passt. Das ist doch völlig okay. Wer keinen Bock auf Solos hat, Finger weg, der spielt Duos, der spielt Trios. Ähm, und es wird sogar behauptet, dass es einen Quad-Modus gibt. Quasi vier Legenden in einem Team. Von diesem Modus bin ich jetzt nicht so 100% überzeugt, bin ich auch der ehrlichen Meinung. Aber da sage ich mir, hey, ich muss es ja nicht spielen, wenn ich keinen Bock habe. Ähm, Respawn hat sich lange, lange und eigentlich ewig dagegen immer ausgesprochen, weil es immer heißt. Das ist ein Legenden, aufbauendes, basierendes Spielsystem mit Fähigkeiten hier, Fähigkeiten da. Und da passt Solos nicht rein. Von mir aus mag das sein, aber es gibt Millionen Spieler da draußen, die sagen, lass mich doch trotzdem Solo spielen. Wenn ich Bock drauf habe, gib mir diesen Modus und jeder, der nicht möchte, der braucht es doch nicht spielen. Wo ist also das Problem? Das bringt auf jeden Fall nochmal eine Menge Spieler wieder zurück, die es eigentlich schon seit Ewigkeiten fordern, aber nicht bekommen. Und jetzt zieht euch einfach mal die Konkurrenz wie Call of Duty rein. Die haben erstmalig ihr erstes Battle Royale mit einem Solo-Duo und einem Vierer-Modus schon reingebracht. Da war, glaube ich, kein Trios drin, wenn ich mich nicht irre. Und das war von Anfang an verfügbar. Wo ist also das Problem? Gebt den Leuten doch einfach, was sie wollen. Und das, was manche Leute von uns nicht wollen, muss halt nicht angerührt werden. Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Ich finde, Solos ist auf jeden Fall ein absoluter Muss in Apex Legends. Meine Meinung. Vierer-Modus. Es klingt geil, es klingt aber auch nach einer Menge Chaos. Aber es bringt taktisch so viele unfassbar krasse Möglichkeiten nochmal zusätzlich ins Spiel, weil du Legenden nochmal mit ins Team holen kannst, die eigentlich unverzichtbar sind und du dich manchmal nicht entscheiden kannst, wer nimmt wen und auf wen verzichten wir. Loba zum Beispiel immer effektiv für guten Loot, Lifeline, perfekte Supporter-Legende und so weiter und so fort. Da gibt es zig Möglichkeiten oder ein Bloodhound in Ranked, keine Ahnung. Also manchmal stehe ich auch da und überlege, welche Legende spielst du? Und ein Vierer-Modus bringt unfassbar viele Möglichkeiten. Ich könnte mir vorstellen, wenn der Vierer-Modus kommt und ich haue jetzt mal noch so ein bisschen meine Gedanken hier rein und ziehe das jetzt einfach mal bewusst ein bisschen in die Länge, das Video, weil ich das Thema sehr, sehr interessant finde. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Das ist geil. Hängt hier irgendwo einer? Was wollte ich sagen? Verdammt. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich könnte mir vorstellen, dass der Vierer-Modus vielleicht nur auf den großen Maps Stormpoint und Broken Moon verfügbar sein könnte. Natürlich auf den großen Maps dann weiter und auch die anderen Solo von mir aus Duos und Trios. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auf Kings Canyon und World's Edge und Olympus vielleicht nicht verfügbar ist, weil ich habe die Vermutung, sollten die wirklich den Vierer-Modus bringen? Passen sie entweder die Spielerzahl an oder die Squad-Größe? Die Squad-Anzahl, so rum. Wir haben ja aktuell 20 Squads, 60 Leute bei Trios. Und es macht eigentlich auf den großen Maps nur Sinn, die Squad-Anzahl von 20 gleich zu lassen, aber 20 Spieler mehr, logischerweise, weil es ja pro Team ein Spieler mehr ist, so dass wir 80 Spieler insgesamt auf Broken Moon und Stormpoint haben. Das Trick muss man halt mal abwarten, wie groß die Map wird. Das macht für mich Sinn. Fatal wäre es, auf den großen Maps den Vierer-Modus zu bringen, die Spieleranzahl gleich zu lassen von 60 und dann die Squad-Anzahl zu verringern. Das wäre eine Katastrophe. Dann findest Du nämlich noch schwieriger Leute, weil in der Regel landen nur mal die Squads zusammen an einem Punkt und so hast Du effektiv deutlich weniger Squads, auf die Du treffen könntest. Zwar mehr Spieler, wenn Du auf einen Squad triffst, aber effektiv weniger Leute, die Du findest. Deswegen macht es nur Sinn, die Squad-Anzahl gleich zu lassen und die Spieleranzahl heraufzusetzen. Das wäre schon echt eine coole Nummer für die großen Maps. Inwieweit das wie kommt, bin ich mal gespannt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Solos und Quads-Modus haltet. Mensch, ist das ein schweres Wort. Ein Vier-Legenden-Modus. So, jetzt haben wir es aber. Wir reden jetzt mal über die Lore, Denn die neue Legende Alter, die in Season 21 kommt, soll asiatischer Natur sein. Wahrscheinlich chinesisch. Seit ihrer Kindheit ausgebildete Killerin. Ihr Söldnerteam hat sie verraten und wurde zur Shorkin gemacht. Ihre Eltern wurden getötet, was sie wahnsinnig gemacht hat. Sie soll zwischen Dimensionen hin und her reisen können und sucht erzwungenermaßen oder versucht, Horizon um Hilfe zu zwingen. Und ich gehe fest davon aus, dass Horizon durch diese ganze Geschichte mit Alter und der Time-Travel-Geschichte endlich an ihren verstorbenen Sohn rankommt und über kurz oder lang in Season 22, 23, 24 oder irgendwo weit in der Ferne, keine Ahnung, ihr Sohn eine Legende wird. Das macht nur Sinn, denn darauf warten viele, glaube ich, schon sehr, sehr gespannt. Weil ich muss sagen, Horizon ist einer der interessantesten und emotionalsten Storys in Apex Legends überhaupt. Und es ist sehr, 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 sehr krass. Wer die Lore noch nie verfolgt hat oder diese Storys von The Outlands Trailer rund um Horizon damals nicht gesehen hat mit ihrem Sohn und den schwarzen Löchern und dem ganzen Spaß und Ash als menschlicher Person damals noch, der muss sich das unbedingt reinziehen. Der hat echt was verpasst. Und wenn diese Geschichte weitergeführt wird und es so im Endeffekt dazu kommt, dass sie über Timetraver an ihren Sohn rankommt, der dann eine Legende wird, das vermutet man ja schon länger, dann wäre das schon eine Bombennummer und wahrscheinlich die geilste Story, seitdem es Apex Legends gibt, wenn es denn endlich mal fortgeführt wird. Wobei auch die Story rund um Loba und Revenant immer sehr, sehr spannend war und auch gut fortgesetzt wurde, musste ich, muss ich jetzt einfach mal sagen. Leute, ich habe ein bisschen wirr und konfus geredet, es ist früh am Morgen, ich bin noch ein bisschen platt. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und demnächst, wer bis hierhin dran geblieben ist, den erwartet eine fette Ankündigung, aber dazu später mehr, kann ich jetzt noch nicht drüber reden. Bis zum nächsten Mal, schönes Wochenende, haut rein, ciao.